Wer kennt noch die Ludolfs? Macht mal Hand hoch, wer kennt sie noch? Alle, jeder, jeder kennt die Ludolfs, der deutsche Schrottplatz-Clan und was interessant ist, die sind jetzt wohl unter die Feinschmecker gegangen, das haben wir im Netz gefunden, ja, was, nein, doch, oh, und alles fing damals mit ihm hier an, dem Peter, der hat sich aber erstmal, das finde ich gut, auf genau ein Lebensmittel spezialisiert. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt, einer ist gerade morgens aufgestanden, ist gerne Nudeln, der macht sich auch morgens Nudeln. Die Nudel schmeckt, darauf kommt es an. Ja, die Nudel schmeckt und darauf kommt es an. Warum denke ich jetzt schon wieder an den Bachelor? Naja, jetzt aber, meine Damen und Herren, zieht sein jüngerer Bruder, der Manni, nach und ich sage, und das meine ehrlich, Fernsehköche aufgepasst, there is a new king in town. Der Manni kocht nicht nur sternemäßig, ne, er hat auch schon seinen eigenen Kochkanal auf YouTube und glauben Sie mir, die Rezepte, die kann wirklich jeder nachkochen und hier, hier ist seine Spezialität nach einem sehr alten Familienrezept. Hallo, schönen guten Tag an euch alle. Heute will ich euch mal wieder ein Familienrezept vorstellen, das notgedrungen gemacht wird. Eine Art Omelette, wir nannten Pamirmehlei. Ich persönlich habe immer mit ein bisschen Apfelmus dabei gegessen. Aber langer Sinn, kurzer Rede, ich will es euch mal vorführen. Lange Rede, kurzer Sinn, hat er gesagt. Langer Sinn, kurzer Rede, ich weiß nicht. Vor allem Pamirmehlei, ne, Pamirmehlei. Okay, wer sich, wie ich jetzt gerade, nicht vorstellen kann, was das ist, keine Sorge, Manni erklärt es uns. Dann nehmen wir Pamirmehle rein, das dann normalerweise übrig geblieben ist, dann eben Ei. Machen wir erstmal ein bisschen durchklicken. Man drängt direkt an, wenn man das hier riecht, an Schnitzel essen. Aber dieses hier können auch Vegetarier essen. Und dann legen wir es in die Pfanne rein. Ja! Also, wem da jetzt nicht das Wasser im Mund zusammen läuft, der ist innerlich tot. Gut, gut kochen ist vielleicht ein großes Wort, mischen trifft es vielleicht eher. Aber immerhin, Manni ist modern, er kocht auch für Vegetarier, Schnitzel ohne Schnitzel, das muss er erstmal schaffen. Und deshalb hier nochmal das aufwendige Rezept vom Maestro selbst für uns zusammengefasst. Wie gesagt, probiert das wunderbar, der Geschmack ist spitze. Es ist einfach zu machen, man braucht nicht viel Zutaten. Eben ein paar mehr Mehl, die kann man auch selber machen aus alten Brötchen, Brötchen, Brot, egal. Hat dann zwei, drei Eierchen, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Uwe knallt noch ein bisschen Paprika ran, probiert es einfach mal. Ich sage, lecker! Ciao, ciao, eurer Manni! So einfach geht, gute Kost! Und da ist auch alles drin, was reingehört, außer Farben, wie es mir vorkommt. Wir merken uns, das Allerallerwichtigste ist, Pamiermehl, am besten aus Alte Bröte. Sollten Sie sich gerade fragen, was ist denn Alte Bröte? Brot! Danke an dieser Stelle. Ab sofort bei uns im TV-Total-Kochstudio-Shop zu ersteigern, zu kaufen. Gibt es was? Verschenken wir es? Nein, also geht er hin und kauft es. Denn ohne ist kein Lecker. Ich glaube, das wird der Werbespruch. Pamiermehl, denn ohne ist kein Lecker. Aber das ist noch nicht alles. Ein weiteres kulinarisches Highlight aus der Landküche Ludolf ist der armen Ritter. Betonung liegt auf der armen Ritter. Es heißt ja nicht immer nur, dass man bei einer Süßspeise gar keinen Salz reinmachen sollte. Das ist eine Süßspeise. Gerade Salz gibt das, wie gesagt, das Pfeffer in die Speise rein. Richtig! Denn Salz gibt das Pfeffer in der Speise rein. Ja, warum denn nicht? Ich finde wirklich, wer dieses Mantra nicht lebt, der kocht auch nicht richtig. Und dieser Spruch, der muss an unsere Rückwand, oder? Der Salz gibt das. Das hänge ich gleich noch auf. Sie können sich das zu Hause auch jederzeit als chinesisches Schriftzeichen noch auf die Plauze tätowieren lassen. Vor allem, wenn Salz das Pfeffer in der Speise rein gibt, dann tut Zucker doch den Salz in die Gericht, oder? Ist das so? Zucker, kennen Sie? Zucker hier. Ich glaube, er durfte probieren. Wer jetzt übrigens denkt, wow, tolles Rezept, aber ganz schön Kohlehydratlastig, keine Sorge. Manni hat in seinem Kochstudio natürlich auch leckeres Gemüse im Angebot. Dann haben wir in der Familie immer noch ein bisschen Zucker, das ist extra kalor. Die Reiche dann, weil die Brechbohnen nur ein Löffel und anderthalb Löffel Zucker. Das wäre eine Variante, die wir so essen könnten schon. Aber wir wollen dann ein bisschen veredeln. Und dann haben wir einfach, einfach in den Topf Schlachtbahne reingemacht. Ich kann es durch den Fernseher riechen. Da freut sich doch der Kardiologe, genau mein Ding. Aber fehlt da nicht eine sehr, sehr wichtige Zutat? Mayonnaise. Immer rein, immer rein. So, jetzt wollen wir aber natürlich mal schauen, wie Manni selbst sein Gericht bewertet. Und das werde ich mal die Probe auf Exempel machen. Und das probiere ich mal. Meine persönliche Überzeugung, beides hat was besonderes. Man sollte es mal ausprobieren. Wie hier, die Substanz ist hier ideal. Ich sag ganz einfach, viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, euch schmeckt es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao, eure Manni. Ja, nachdem ihr das zu essen gesehen hast, zu sagen, bitte bleibt gesund, passt. Habt ihr das mitgekriegt? Allein die Blasen, wenn die aufgestellt sind, die sind nicht geplatzt, die sind geblieben. Das wurden hinterher Flummis und die werden dann an kleine Kinder verschenkt. So werden Flummis gemacht. Wir sind die wenigsten. Wir sind sowas wie die Sendung der Maus. Mit der Maus. Die Sendung der Maus? Naja, egal. TV total für Kleine. So geht's. Ich kann es übrigens schon wirklich riechen. Ich habe das Gefühl, er wird einen Durchbruch haben. Das gibt demnächst sowas wie Laverlichter Ludolf. Wir haben da mal ein Logo. Und ich hatte jetzt eine Idee und möchte ganz kurz mal fragen, wie denn da so die Stimmung ist. Wir hatten die Idee, was haltet ihr davon, wenn wir mit Manni mal Kitchen Impuffable machen? Hä? Das ist doch geil hier. Kitchen Impuffable. Manni, an dieser Stelle, das ist eine offizielle Einladung. Hast du Lust mit mir zu kochen? Der Ansatz ist gut, aber da muss man natürlich auch Gas geben. Versprochen, Herr Glöckler. Versprochen.